Das will ich auch schwer hoffen, dass das in Ordnung ist. Ich erkundschaft dir immer so ein bisschen, was hier noch rumliegt. Flieg und zeig uns, was du siehst. Und zeig uns, was du siehst. Welch epische Worte. Wir erledigen das. Ich tue mein Bestes. Hier ist noch ein Lager. Dafür sind wir genau hier. Warte, wo hat er komische Stimmen gehört? Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Aber wir werden natürlich darüber gewarnt, wenn Gefahr in der Nähe ist. Ja, es gibt zu wenig Betten. Dafür sind wir genau die Richtigen. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstirbt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten ... ähm ... Nicht dunklen, aber Holz gefällt. Ja, ja. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ja, mein Herr. Ja, mein Herr. Wir sind hier. Dafür sind wir hier genau hier. Wir sind hier genau hier. Fertig. So, ihr seid schon wieder fertig. Alter Schwede, was mach ich denn mit euch? Kein Problem. Muss die Eisenmine hier unten, ne? Können wir eigentlich schon ... Ja, können wir. Jawohl. Ja! Oh, warte. Feinde in der Nähe. Wir erledigen das. Wir können hier. Auf der anderen Seite des Ufers wahrscheinlich. Greifen die zufällig an? Flieg und zeig uns, was du willst. Wir schicken mal den Vogel voraus. Gut, dass der nicht abgeschossen werden kann. Ja, hier sind Feinde. Wir sollten uns gut überlegen, ob wir ... ... da eine Brücke rüberschlagen, obwohl ... ... ja. Obwohl es heißt, auch dort ... ... wird es wenig bewacht. Gucken wir nochmal hier hinten an. Alle Wohnhäuser sind belegt. Hier bleib ich gern. Ja, ja. Alle Wohnhäuser sind belegt. Daran ändern wir ja gerade was. So. Und dann ... 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 Neue Technologie ist erforscht. Dann machen wir mal einen Dieb. Denn den haben wir lieb. In Ordnung. Fertig, Meister. Ja. So, hier unten gibt es nichts mehr. Es gibt zu wenig Betten. Wir können auch hier reingehen. Und dann haben wir auch unsere kleine, feine Insel erforscht. Hm, Hauptdasshaus bauen. Sparen wir uns gerade mal. Flieg! Und zeig uns, was du siehst. Ihr verfügt nun über das höchsten Überraschung durch den Zaun gehen. Ja, es fuchst mich ja, ne? Solche Felder. Und auf der Karte sind ja nicht mehr... Äh, sind ja nämlich alle immer noch schwarz. Und das ist so kacke. Werden gezahlt. Ja, besteuern und Sold. Nee, die suche ich genau. Könnt ihr denn mal einen anderen belästigen mit eurem Rufgeschubse? Ah, hier sind wir. Hier haben wir das nicht so schön in der Nähe, ne? Geht alles? War wirklich schön? Können wir trotzdem noch mal auf den Hügel stellen. Das bauen wir natürlich auch noch. Ich glaube ja, dass hier eine Ex-Log vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. So, den Fleck hätten wir auch weg. Dann ist hier noch so ein komischer Fleck. Warum auch immer. So, wo ist denn unser Dieb? Ist der schon fertig ausgebildet? Aber sicher. Den können wir dann wahrscheinlich schon mal zu den Bootsverleihern schicken. Und hier. Ausbau von Schmieden und Zügelhütten. Ja, machen wir. Wir haben zwar echt fast keinen Schwefel mehr. Jetzt ist hier schon wieder dieser dunkle Fleck. Leute. Ja gut, das ist... Okay, ja. Gut, das wird der dunkle Fleck durch... Da können wir nicht sehen sein. Wir kümmern uns darum. Hier unten. Wir kümmern uns darum. Für euch doch immer. Mit Vergnügen. Natürlich. Sag mal, warum haben die den gerade angegriffen? Ein Steinmetz tritt in eure Dienste. Für euch doch immer. Hä? Das verstehe ich nicht. Für euch doch immer. Es gibt zu wenig Betten in eurem Land. Wir haben auch zu wenig Einwohner. Platz. Mangel. Zeugs. Dingsbums. Da. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Wie ihr befehlt. Hier unten ist also auch nichts mehr. Eine Schatztruhe. Ja, mein Herr. Das kann ich. Eine Schatztruhe. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Kein Problem. Hier unten fehlen immer noch Betten, ne? Ja. Oh Gott, diese Schatztruhen, wo nichts drin ist, ne? I hate them. Wird gemacht. Wie ihr wünscht. Alter, wäre mir echt schon ein bisschen Holz entfernt. So, Tribute. Perish? Ähm. Natürlich. Für euch doch immer. Der von euch geschickte Agent ist sicher, wenn auch etwas durchnässt, auf der anderen Seite des Flusses angekommen. Gut. Ausbau fertig. Dann machen wir uns auf den Weg zur ersten Motte. Und machen ein Kavum. Die Ruin sollten wir noch... Oh, warte, 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 warte. Die Ruin sollten wir noch nicht so schnell wegnehmen. Ich habe nämlich Angst, dass die anderen dann eine Brücke bauen. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, bam. In die Legierung. Da warten wir jetzt mal ein bisschen, bis es fertig ist. Dann können wir hier mal die Wehrpflicht uns gönnen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Was können wir jetzt? Ziegelhütten könnten wir ausbauen. Schmieden könnten wir ausbauen. Hm, 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 hm. Eigentlich brauche ich mal ein bisschen Stein her. Schade. Dann aber weiß ich wenigstens, wo sie sind. Herr Dieb. Brauch noch ein bisschen. Komm, das gönnen wir uns mal. Kostet von allem nur so ein bisschen. Das gönnen wir uns auch schon mal vorsichtshalber. Dann machen wir später nicht mehr. Wir haben jetzt aber wenig Stein. Forschung abgeschlossen. Gleich kracht's. Im Wehrpflicht abgeschlossen. Und dann erforscht ich da unten mal. Denn Brücken werden wir noch bauen müssen. Wo bringt der denn jetzt hier? Wow, 3D-Effekt. Wow, 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 wow. Oh, hey. Und auch das explodiert in... Genau jetzt. Hört nur, Explosion. Und der Bursche hat es geschafft. Der Bursche. Ich sollte mich erneut mit den Schmugglern treffen. Vielleicht können sie noch mehr Leute auf die andere Seite bringen. Ich sollte mich auf jeden Fall mit meinem Dieb eventuell wieder zurück auf die andere Seite begeben. Ihr habt einen neuen Auftrag erhalten. Sofort. Natürlich. Mache ich. Jo. Natürlich. Es hat funktioniert. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Warum auch immer dieses Zeichen kommt. Eureka! Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Eureka! Metale und Eisen? Na gut. Weil wir es können. Ähm, wo ist denn jetzt Dario? Begleitet von seiner... Alme? Eisen könnten wir hier auch scheffeln. Die können mal Eisen scheffeln. Und nein, warte. Was die eigentlich machen können, ist hier oben... So ein Teil hinzusetzen. Denn das werden wir ja sicherlich noch brauchen. In Ordnung. Mit einem Wink gibt der Bruder Dario zu verstehen, ihm zu folgen, und er rennt durch den Wald zu einem scheinbar gut bekannten Bestimmungsort. Aha. Aha. Wir sollen ihm folgen. Jawohl. Ähm, kann ich... Nö, schade. Wir kümmern uns darum. Ich würde ihm gerne... Haltet Wache! Eureka! Geht doch. Können wir ihm eigentlich einfach so folgen. Und jetzt machen wir Matatia. Ah, der ist aber schnell. Lauf nicht so. Der will bestimmt hier hin. Was da wohl zu sehen ist? Ich bin ja schon ein bisschen gespannt auf die Stadt Krünen, weil die soll ja so mega legendär sein. Mit angehaltenem Atem schädete Dario den Mann neben einem niedergebrannten Turm. Auf der Südseite ist ein Loch im Erdmond zu sehen. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen.